guten tag hier ist der gusua wieder einmal ich habe meine base wieder ein bisschen umgestellt guckt mal ich habe hier jeweils immer noch eine mauer weggenommen und dann den kreis ergänzt und somit habe ich jetzt noch mal ein komplett geschlossenes mauerwerk und hoffe damit noch schlechter angegriffen werden zu können ich habe ja wieder mittlerweile meine hexe meine hexe geupgradet genau auf level 3 haha nein meine queen schläft ja wieder und deswegen habe ich natürlich jetzt wieder schön bogies ausgebildet ich weiß barge wäre besser aber ach ich weiß nicht ich bin immer so ein bogie typ so ich würde sagen ich wollte es nämlich noch machen und da dachte ich mir naja eigentlich kannst du es auch im video machen und zwar wollte ich weiterhin eine mauer wieder bessern oder verbessern ja hier guckt mal hier hier haben wir die 10er dann hauen wir das hier mit dem alex und dann danach mit dem gold auf 10 dann haben wir wieder eine mehr jetzt gucken wir uns das noch mal kurz an müssen wir uns einfach noch mal geben alles löschen alter krass ey das heißt ich habe wirklich schon mittlerweile echt mehr mauern auf 10 als auf 8 ich meine klar ich mach das ja schon eine weile aber wirklich es wird nicht langweilig es wird einfach fucking noch mal nicht langweilig das ist ziemlich geil bloß jetzt seht da wenigstens mal wieder was ich hier schön mit meinem gold und elixier so macht logischerweise und ja ich muss auch noch zusätzlich sagen ich habe ja beim letzten video habt ihr es ja gesehen habe ich ja über die angriffe gesprochen mit dem queen walk eben so verbessern dass man da mehrere hintereinander machen kann guckt euch bitte an wie gesagt klar silber 1 ist logisch dass man jetzt nicht wirklich wer weiß wie angegriffen wird der hat elendig verkackt aber das hatte ich schon mal in einem anderen video gezeigt und das war es also man wird hier einfach nicht angegriffen und es wird einem halt kein dunkles geklaut zumal ich war immerhin schon auf 125.000 und das ist dann schon einiges jetzt gucken wir mal kurz rein wenn wir das mal gerade sehen ich glaube war da da war glaube ich die queen schon im upgrade ja genau muss ja genau genau da wurde sie schon bearbeitet dann gucken wir mal einfach ein paar vorher ist ja banane gucken wir mal ob wir die hier noch anschauen können guckt mal ich meine klar mit den troops hätte das eh nicht reißen können aber ich meine mal es waren immerhin 2,5 k zur verfügung und das ist ja jetzt auch nicht so wenig also von daher ja hätte das gut laufen können für den angreifer aber sieht man ja läuft halt eben nicht so zack was aber wiederum auch komisch ist weil ich muss gerade mal nachdenken ich mache mal kurz ein cut also ihr habt gerade gesehen 2500 dunkles bei 125 k die ich habe so klar es spielt natürlich eine rolle wer mich angreift aber ich switche mal kurz dann bin ich nämlich hier und wurde schön auseinander gebumst dann gucken wir mal hier hier hat der nämlich 1,8 k und ich habe nur 35 obwohl es könnte war wartet mal es könnte sein dass ich inaktiv war aber das glaube ich fast nicht ich gucke mal rein die bohrer waren leer da würde ich jetzt mal kurz an euch appellieren wer kann mir das mal erklären jetzt mal ohne witz wer kann mir das erklären dass ich mit dem zweiter count der ja um einiges weniger an rathaus hat sage ich jetzt mal dass der einfach mal mit dem lager auf 4 einfach mal 1,8 los wird ich gucke mal gerade ja ist so ein bisschen krass oder wenn ich da nur 35 k drin habe finde ich ein bisschen übel wenn ich das jetzt mal hochrechne bin ich bei viel mehr guckt mal überlegt mal 35 jetzt rechne ich mal 35 mal 4 müsste ich da ungefähr entkommen oder genau sind wir bei 140 also um und bei das heißt eigentlich dürfte ich ja nur ein viertel von den 2500 haben oder sehe ich das falsch ist jetzt meine rechnung vielleicht ein total doofes beispiel wie seht ihr das also so sehe ich das zumindest aber jetzt seht ihr zumindest gleich mal wie es hier in meinem zweiter count ausschaut der ist natürlich ordentlich am machen ich hatte die bombe fertig ja genau hier jetzt noch die kanone und dann kann ich damit nämlich auch wieder weiter loslegen aber das das schauen wir uns die nächsten tage mal wieder an ich könnte eigentlich weil das upgrade auch noch ewigkeiten dauert ich könnte eigentlich auch mal hier so only hocks und sowas machen aber die hocks sind auch nur auf 1 weil ich die ja noch gar nicht angefasst habe luckys will ich gar nicht machen ach kommt ich hau mal ich hau mal wirklich schön only hocks raus und oder so gut wie only hocks und dann passt das gucken haben wir noch einen guten angriff ach queen walk ich glaube was soll ich dazu sagen was soll ich dazu sagen da hat sich meine taktik dann doch irgendwie ein bisschen durchgesetzt und auch noch nicht die mauerbrecher setzen definitiv noch nicht wirklich schön rangehen lassen bis die wirklich komplett auf die queen gehen und dann auch noch ganz exakt vollkommen richtig domi hat es auf tash genau jetzt sind die abgelenkt bam ich habe es eventuell sogar noch später gesetzt weil noch rennt einem da nichts davon und auch die queen rennt nicht davon ich hätte jetzt erst angefangen also jetzt die die was fast seine letzten sind da hätte ich jetzt angefangen die ersten zu setzen einfach ein bisschen später passt reicht vollkommen aus keine sorge queen kann nicht raus also alles easy die geht gleich rein gehen wir mal ein bisschen schneller hier zack eine nachricht gucken wir mal hier sieht man schon echt die die heiler sind ordentlich am machen ich meine es waren auch zwei expos und ein bogeyturm muss man auch sagen also es war jetzt auch schon ein bisschen was an einzelschaden äh da aber der rage hätten noch nicht sein müssen der hätten noch nicht sein müssen und jetzt kommt gleich das dunkle joo läuft auf jeden fall sehr geil und jetzt genau jetzt den king draußen gezündet schade dass der nicht in die richtung geht aber ich denke mal das solltest du noch naja 18 sekunden ne das reicht nicht mehr da kriegst du leider vom restlichen loot nichts mehr ab schade da hätte noch was mehr gehen können aber äh ganz ehrlich komm äh du hast pokis bekommen du hast ja noch zusätzlich den bonus ganz klare kiste also das passt auf jeden fall das ist doch nett ja als nächstes denke ich mal wie gesagt bin ich ja so weit durch dass ich halt wirklich schön mauern machen werde und jetzt erfahre ich mir halt wieder ein bisschen was lx weil ich wirklich alles für die drachen raus gehauen habe und dann passt das auch das war's von mir ich hoffe es hat euch wieder gefallen und ihr seht mir beim nächsten mal wieder zu bis dann tschau tschau